so jetzt können wir auch spielen ach scheiße falsches fahrzeug ja 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 ach gott ich hätte heute glaube ich im bett liegen bleiben sollen also heute läuft so irgendwie gar nicht das ist ein komisches bot dann weht es hier noch ein falsches fahrzeug aus was so relativ schnell am hügel ist so schön heute so jetzt sind wir fahrt auf fahrt auf die ausgewiesenen koordinaten heute mal so eine gute runde wieder eine was schießt du ist der raus ne jetzt ich muss sagen das war ein schöner schuss gewesen ob ich ihn eigentlich nicht gesehen habe hin und wieder mal ganz gut wenn er meine aufklärt so so Das war's für heute. Scheiße Links geht die Flanke dahin Hier eine linke Flanke haben wir auch gar nicht mehr Da ist die Flanke dahin Sie haben ihn auf den Fahnen Sie haben ihn auf den Fahnen Denkten Ich schreibe ihn mit der Flanke Sie haben ihn mit dabei Sie sind alle Was ist das? 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 Das ist das? Was 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 ist das? Aber? Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh! Oh! Der fährt hinten ein bisschen mein, 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 mein Ruder, ne? So ein wenig dezent. Ahhhh... Ja! Verloren! Ach! Mastereilfkills verlierst trotzdem! Oder? wer ist das da schön gut da kommen sie alle stabilität ist was anderes das war so eine schöne runde gewesen ja mal schade